Also wir kommen quasi an diesem Ochsenberg vorbei. Welcher da wäre? Ochsenberg, mal schauen. Da! Ah ja, da drüben. Genau, am Ochsenberg und dann geht es weiter zum... Richtung Grottenkopf müsste es dann gehen. Zum hohen Ficken. Hier, Richtung Grottenkopf, das ist schon gar nicht auf der Karte drin. So, dann beginnen wir die Tour, die Estergebirgsüberschreitung mit, ich weiß nicht wie viel wir heute machen, ungefähr zwölf Kilometer, glaube ich. Und so 1000 Kilometer, also es geht eigentlich. Das Estergebirge ist ein Gebirge in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen an der Grenze zu Österreich. Zu den wichtigsten Gipfeln gehören der Hohe Fricken, der Bischof, der Grottenkopf und die Hohe Kisten, die wir alle im Verlauf der Überschreitung erklimmen werden. Los ging es in Garmisch-Partenkirchen am Parkplatz der Wankbahn. Direkt rein in den Wald und erst mal nur leicht bergauf, bis dann der Anstieg auf den ersten Gipfel, der Hohe Fricken, begann. Oh, Hamte ist schön hier. So, der erste Aufstieg zum Frecken erweist sich als sehr hart. Es geht ordentlich, steil den Berg hoch. Es war schwül und warm und der Anstieg sehr steil und beschwerlich. Hier haben wir einen kleinen Ausblick darauf, was uns erwartet. Von der Seite hin müssen wir jetzt kommen. Da oben müsste der Hohe Fricken dann sein. Und linker Hand müsste der Ochsenberg noch kommen, aber das ist eigentlich kein Ziel von uns. Aber vielleicht hat er tatsächlich auch einen Gipfel. Vielleicht lässt er sich ja recht widerstandslos noch mitnehmen. Die ersten 1000 Höhenmeter waren dann aber schnell geschafft und der Ausblick all die Mühen wert. So, jetzt haben wir auf dem Grat zu sein. Da ist der Fricken, der Hohe Fricken, glaube ich. Und dann geht es da wahrscheinlich weiter, die nächsten Gipfel. Mit einer Höhe von 1940 Metern war der Hohe Fricken dann der erste Gipfel unserer Tour. So, der erste Gipfel am hohen Fricken. Wie hoch sind wir? 1.940 Metern. Schön. Also die meisten Höhenmeter haben wir schon geschafft. Ja, der war hart erkämpft hier. Hart erkämpft, ja. Aber? Lohnen. Ach. Schau mal, in Grat sind wir schon mal ein klein, sind wir jetzt ein klein gegangen. Ja, genau. Und da geht es, glaube ich, gerade weiter. Dann geht es weiter, der nächste Gipfel ist der Bischof, der Bischof. Vermutlich da drüben irgendwie. Und wir bleiben dann jetzt... Das kreuz sehen wir schon. Ja, kann nicht so weit weg sein. Wir bleiben dann jetzt hier schön den Grat entlang. Na, also, da steht es ja schon wieder. Die Weilheimer Hütte war das Ziel des Tages und weiter ging es über den Grat zum nächsten Gipfel, den Bischof. Da haben wir ja den Bischof. Den Bischof, wir sind hier auf 2033 Metern und es sieht noch relativ neu aus. Das Kreuz ist es auch. Es ist 2018 aufgestanden. Das gibt es doch gar nicht. Na gut, das ist ja nicht die Schuld der 60. Das ist ja die Schuld der 60. So, da ist schon die Weilheimer Hütte. Du weißt jetzt hier noch einen Abgrund zwischendurch. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es überhaupt weiter geht. Ah ja, jetzt geht es ordentlich ins Abgrund. Hier geht es weiter und dann da drüben. Der Abstieg vom Bischof war dann doch schwieriger als gedacht. Einen richtigen Weg konnten wir gar nicht finden und mussten über ein loses Geröllfeld absteigen. Mit Ruhe und Konzentration ging es dann und unten ging es dann auch wieder über einen regulären Weg weiter. Ja, da geht das jetzt gut aus. Da, hier? Wenn du direkt gerade... Hier so durch, gell? Ja, genau. Puh, was für ein Abstieg. War wahrscheinlich doch nicht der offizielle Weg, aber einen anderen haben wir ihn auch gar nicht gefunden. Nein, das war ja ein Abstieg. Ja, das stimmt. Hier war auch ein Kreuz. Tja, früher mal. Puh. Da sind wir uns einig. Nein, das ist es auf keinen Fall. Ja. Da steht das Bier. Guck mal, kistenweise. Da steht es. So. Was haben wir jetzt? Ziemlich genau fünf Stunden später erreichen wir jetzt unser heutiges Ziel. Die Weilheimer Hütte. Hier werden wir übernachten. Das ist wahrscheinlich der Grottenkopf da. Also doch relativ gut machbar. Ja, ja. Da haben wir in Zermatt auch gesehen, diese Teile. Weil sonst schaffst du es ja gar nicht, dich immerhin zu bewegen. Auf der Weilheimer Hütte haben wir uns dann für die Nacht einquartiert. Nach einer sehr guten Stärkung ging es noch auf den kleinen Nachbarhügel für den Sonnenuntergang. So. Jetzt kann man es sehen, wie die Sonnenuntergang ist. Es ist schon hier und dann ist sie in den Berg verschwunden. Wir sehen uns hier noch die letzten Reste quasi. Das wird noch schön beleuchtet. Hier ist die Mitte. Die Höhenmeter verliere ich jetzt nicht wieder. Wie die Holländer. Schlappen. Ja genau. Jetzt gehen wir noch mal kurz da hoch. Kleinen Gipfer. Und zwar. Ich habe die Impressionen des Sonnenaufgangs. Untergangs. Wir sind noch rechtzeitig. Schau mich an. Oh, das ist Wahnsinn. Oh, das ist schön, diese Aussicht in dieses Land da. Die Sonne scheint noch drauf. Ja. Oh ja, da scheint sie wieder. Die sind hoch genug. Oh wow. Genau. Das heißt, wir kriegen die Sonnenuntergang echt noch hin. Die Schafe da auf diesem Kamm. Simon. Und vor allem, Simon, wir haben... Nein, der Bischof ist der dazu. Ja genau, der dazu. Das ist der Bischof. Den haben wir nicht gemacht, nein. Den haben wir ausgelassen. Die haben wir morgen früh Grottenkopf. Ein anderer Grottenkopf. Vorderer und hinterer. Aber dann fehlt halt dieser eine in deiner Sammlung. Ja, das stimmt. Und jetzt, momentan ist es vielleicht auch egal. Wie ist denn das so schön? Hast du da den XY? Schön. Aber schau mal, genau jetzt beginnt es mit dem Nebel. Da kommt der Nebel. Und hier schon mal zur Aussicht. Da haben wir dringend die Zugspitze, die ja dann nächstes Wochenende ansteht. Ja. Das wird nochmal eine andere Nummer dann als heute. Ja. Aber herrlich, wie sich das gelohnt hat, mal abends auf einem Berg zu sein. Ja voll. Wie ist das schön mit dem Lukas. Und ich habe das noch nie gemacht, weil... Ja. 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 Nah. Sehr gut. Ich bin ja froh. Das war's mit Sonnenuntergang. Hier oben auf dem und hier noch die Verblick runter ins Tal. Wahnsinn. So, unser Haus, da nachten wir heute. Unhermogen. So, unser Haus. So, nächster Morgen, du stehst auch mal auf. Heute haben wir gar nicht mehr viel vor, nur noch den Kopf hinter uns zu machen und eventuell gehen wir noch mal zurück und gehen auf den Berg noch, da waren wir nämlich gar nicht, wir kamen nämlich von dem runter, von dem Bischof und sind dann hier nur noch so entlang bis zur Hütte und gestern Abend stand einfach auf den Berg. Am nächsten Morgen machten wir uns bereit noch auf den Grottenkopf zu klettern und dann als letzten Gipfel noch die hohe Kiste zu machen und dann den Abstieg nach Eschenlohe anzugehen. Die Schafe ziehen vom Hügel hinunter auf eine Wiese und fühlen sich sichtlich wohl. Musik Musik So, jetzt geht es weiter in den steigenden Grottenkopf. Musik 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 Also, auf den hinteren verzichte ich. Jetzt folgt der Abstieg Richtung Eschenlohe. Musik Also, das Estergebirge kennen wir mittlerweile. Musik Aber schön, das ist Eschenlohe. Da müssen wir hin. Ja, da können wir eigentlich im Prinzip einfach hier runter direkt. Das drücken wir machen. Hui. Aber ich... Musik Boah, das schaut ja auch toll aus. Schau dir das mal an. Na gut. Kannst du nur hoffen, dass er nicht versucht hat hier runter zu gehen. Jetzt erst wollen wir hoffen, ja. Musik Musik So, was haben wir hier? Die hohe Kiste. Die hohe Kiste. Unser letzter Gipfel für heute. Gipfel Nummer 78. Musik So, da drüben ist die Weilheimer Hütte. Da komme ich gerade her. Und da unten ist unser Ziel. Dieses verschauliche Örtchen. Ah, jetzt verstehe ich, warum sie meint, dass sie stürzt ab. Weil das da ein bisschen unbefestigt aussieht zwischendurch. Weil wir gerade einen Tipp von einer älteren Dame bekommen haben, dass der etwas unbefestigt sein soll. Aber ich denke mal, das schaut mir locker. Das ist die ältere Dame mit dem Elch. Entschuldigung, das war die mit dem Elch. An der Weichensee. Wunderschön liegt der da. So. Ja. Dann mal los. Bergab ging es dann eine ganze Weile über loses Geröll und kleine Pfade. Aber wir gehen nicht zum Rottenkopf. Da waren wir ja schon heute Morgen. Wir sind hier über dieses Geröll-Feld. Am Abstieg nach Eschenloh. Ja, da waren wir. Ja. Aber noch schlimmer ist, wenn ich mir vorstelle, dass ich den Gang hochziehen kann. Ja. Ja. Einen Klick sind wir auf der anderen Seite hoch. Ja. Wenn du es so vor dir hast, denkst du auch nicht. Ja. Da denkt man bestimmt, ja, man muss aber bestimmt nicht bis ganz hoch, sondern so drum rum irgendwie. Ja, ich will nur im Wasser spielen. Dann noch durch den Wald, bis wir den Ort Eschenlohe erreicht hatten. Und zurück mit dem Bus zum Ausgangspunkt am Parkplatz der Bankbahn. Ja, ja. Ja. So, wir haben es geschafft zurück ins Teil. Wir haben aber, wo der Bus wegfahren geht. Ja, ja. Der fährt nun müssen auch eins weiter. Ja, genau. Ich färte für Fremdvölker vielverhalten. Puh, so. Wir sind wieder zurück. Wir sind wieder da.